Wir organisieren für euch im März ein unvergessliches Event mit Top-Speaker und wir laden euch alle herzlich dazu. Wieso gibt es Firmen, die teilweise Mühe haben, gute Arbeiter und Fachkräfte zu finden, wohingegen andere, die gute Fachkräfte nicht nur finden, sondern anstellen und können halten? Und genau darum geht es, um das Thema geht es, um unseren Abend, zum Thema Lifelong Learning. Es geht darum zu lernen als Personen von Sport, Wissenschaft und Wirtschaft, was sind die Erfolgsfaktoren und was muss man machen, um so eine einmalige Unternehmenskultur zu arbeiten, wo man die Leute weiterentwickeln und halten kann. Mit dabei an diesem Abend sind Olympiasieger Tario Colonia, Personalchef in Migros Zürich, Patrizia Calamia Erfinder und Gründer Aveco Migrolino, Markus Lenzling CEO und Aufbauer eines Logistik-Grosskonzerns, Martin Bissi Moderiert wird das Ganze durch Markus Alder und Nadine Janser. Und jetzt die wichtigste Information. Ihr Suchzeitmitglieder haben selbstverständlich immer einen Rabatt und wir freuen uns sehr, euch alle im März begrüssen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.